Hallo und willkommen zu einem weiteren Podcast der Staubstube. Bei mir sind Juraiko und der Spodcast, der dieser ist. Richtig. Warum hört man mich als erstes? Sonst hört man ja immer Juraiko und ist ja ganz gewohnt unseren Moderator hier, der die Podcasts leitet. Aber diesmal, diesmal bin ich dran, denn es geht um ein Thema, was mich sehr befasst oder immer noch, also es hat mich sehr befasst, befasst mich aber allerdings immer noch. Es ist immer noch nicht ganz durchgekaut und zwar geht es heute um Sucht und wir würden darauf eingehen, erstmal was ist Sucht überhaupt? Natürlich kann jeder Sucht interpretieren, aber jeder hat einen anderen Gedankengang gegenüber Sucht und interpretet das anders. Und da würden wir mal unsere Definition wiedergeben, dann reden wir noch über verschiedene Suchtarten, was weiß ich, Sucht, die Essen betrifft, bestimmte Medien, Gaming, Handysucht, Spielsucht. Und des Weiteren reden wir natürlich auch über unsere Erfahrungen mit Sucht, wonach sind oder waren wir süchtig? Und ja, genau, also würden wir jetzt einfach mal einsteigen mit der Definition von Sucht. Was ist Sucht eigentlich und was befasst Sucht? Ja, vorher würde ich noch sagen, dass ich dir zustimme im Thema von Sucht, also ich finde es total legitim, dass wir jetzt auch erstmal so aus dem blauen heraus einen Podcast über Sucht machen, denn das ist ein Thema, das ist ja eigentlich immer relevant, das ist eigentlich auch nie durchgekaut so ganz. Jeder hat es irgendwann mal in seinem Leben, dass er sich in irgendeiner Form mit Sucht auseinandersetzen muss und deswegen finde ich das auch total legitim, dass wir das jetzt so durchführen. Durchführen. Richtig. Genau. Definition Sucht. Dein Einsatz. Wie definierst du Sucht? Was ist Sucht für dich? Also Sucht, ich habe auch neulich ein, witzigerweise ein Podcast zum Thema Sucht gehört von einem Psychologen, dem ich folge auf YouTube und der hat auch Sucht, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so definiert, wie ich das ähnlich einordnen würde. Also Sucht, ab wann ist eine exzessive Leidenschaft oder etwas, dem ich mich genüsslich hingebe, eine Hingabe, ab wann ist eine Hingabe Sucht und Sucht wird definiert durch drei Punkte. Drei Punkte oder Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Sucht gegeben ist. Erstens, ich vernachlässige mein Leben und meinen Alltag und meine Pflichten gegenüber dem, wonach ich süchtig bin, vehement. Zweitens, ich kann ohne die Befriedigung dieser Sucht nicht mehr richtig schlafen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, kann nicht mehr richtig arbeiten, ich brauche das, ich spüre das körperlich und psychisch. Und das dritte ist, das dritte fällt mir gerade nicht mehr ein, aber für mich ist eine Sucht ein krampfhaftes Verlangen. Ich fange an, andere Dinge gegenüber dieser Sucht zu vernachlässigen, ich brauche das täglich und ich kann nicht mehr normal funktionieren, ohne dass ich dieser Sucht nachgehe. Perfekt, dem würde ich absolut zustimmen, Sucht ist etwas, man merkt daran, dass man süchtig ist, wenn der Körper einfach danach schreit, wenn man mental Probleme bekommt, beziehungsweise auch schwächelt, dass der Körper einfach dieses Produkt, dieses Medium oder was auch immer, wonach man immer jetzt süchtig ist, dass es einfach gebraucht wird. Wie zum Beispiel Nikotin, der Körper schreit nach Nikotin, man fühlt sich komisch, man fühlt sich eventuell schwach oder Koffein, also Leute, die stark süchtig nach Koffein sind und jeden Morgen, morgens, mittags, abends ihren Kaffee trinken, sind ohne ihren Kaffee einfach müde und mit ihrem Kaffee im Normalzustand. Ja, normalerweise reagiert man ja auf Koffein, dass man schon recht aufgedreht ist und etwas energetischer, aber für die Leute ist es ja einfach nur noch ein Stabilisator des Lebens und der selbst. Genau, also Sucht ist nicht einfach nur, hey, ich mag etwas oder bin leidenschaftlich nach etwas, sondern ich brauche es, ich muss es konsumieren, sonst geht es mir schlecht, sonst fühle ich mich anders und ich denke eigentlich fast die ganze Zeit darüber nach. Genau. Ich will komplett den Rest meines Lebens haben das nicht und die würde ich trotzdem als Süchte definieren. Da kommen wir dann auch nochmal zu, zu einigen Dingen, die uns dann persönlich betreffen, aber sowas wie Handysucht zum Beispiel, ich finde, das ist in 90 Prozent der Fälle ist das nichts, was das Leben komplett benachteiligt, dieser Leute, die handysüchtig sind, aber trotzdem sieht man, okay, da ist offensichtlich eine Abhängigkeit. Richtig, Sucht wird ja auch immer als etwas Negatives suggeriert, aber meiner Meinung nach muss das nicht immer der Fall sein, wie zum Beispiel bei der Handysucht. Ich würde zum Beispiel von mir selbst behaupten, dass ich handysüchtig bin, also ich bin unfassbar oft am Handy und ich bin abhängig von meinem Handy. Mein Handy ist ein fantastisches Multifunktionsgerät, was ich einfach schon fast brauche, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie rund um die Uhr an meinem Handy sein muss und Entzugserscheinungen bekomme, wenn ich mein Handy gerade nicht da habe. Zum Beispiel, ich kann auch einen Tag mit Freunden verbringen und nur mal ab und zu auf mein Handy gucken, um die Uhr zu checken oder Nachrichten und kann dennoch den Tag anders gestalten, anstatt jetzt nur noch an meinem Handy zu sitzen. Also das ist zum Beispiel eine Sucht, die mich eigentlich nicht negativ beeinflusst, beziehungsweise wo ich auch keine negativen Aspekte von mitnehme, zum Beispiel bei einer Drogensucht oder einer Videospielsucht. Dadurch geht ja sehr viel Zeit verloren und auch das körperliche Wohlbefinden, zum Beispiel bei Drogen. Also und das ist bei dem Handy nicht so ganz stark der Fall. Wollen wir jetzt schon direkt über Handysucht an sich sprechen? Ist das so der Weg, den du dir gedacht hast? Also es ist cool. Ja, also wenn wir das so machen sollen, dann steigen wir jetzt direkt mit Handys ein. Das können wir machen. Also wir haben ja eigentlich schon die Frage beschlossen, wie Sucht eigentlich anfängt. Also dass man ein gewisses Medium hat oder wie fängt Sucht an? Außer natürlich, du möchtest noch was hinzufügen zu dem Thema. Ich habe jetzt gerade noch gar nicht komplexer darüber nachgedacht, aber Sucht, wie fängt Sucht an? Ich würde sagen, Sucht, also wie kann Sucht entstehen, ist vielleicht auch eher die interessantere Frage. Dass man das vielleicht in so Etappen einordnet. Okay, wie geht's los? Wie kristallisiert sich das raus, dass man wirklich süchtig ist? Ich muss jetzt nochmal den Sucht-Podcast referenzieren, den ich da angehört habe. Ich werde den dann auch mal unter dem Video verlinken von Thera Thiel, ganz toller Psychologe auf YouTube. Schleichwerbung. Aber ja, der hat dann auch gesagt, dass Sucht, und das ist natürlich richtig, das wissen wir unbewusst natürlich auch über Sucht, Sucht zeigt oft auch einen Missstand in dem Leben desjenigen auf. Das heißt, Sucht wird begünstigt, wenn jemand nicht ganz so klarkommt mit seinem Alltag oder verschiedenen Aufgaben und dann dafür ein Ventil braucht und sich dann eben in die Sucht flüchtet. Gutes Beispiel, jemand ist einsam. Wenn jemand in seinem Leben einsam ist, dann ist das sehr begünstigend für Sucht. Stress ist unheimlich suchtbegünstigend. Probleme bei der bevorstehenden Arbeit, Aufgaben, Schule etc. Das ist alles suchtbegünstigend. Das heißt, wenn ich einen Missstand habe oder etwas, das mir fehlt oder ein Ventil braucht in meinem Leben, dann kann Sucht entstehen. Das ist sehr begünstigend dafür. Und man muss auch unterscheiden zwischen Sucht, die wirklich aus eigenem Menschenwillen in Anführungsstrichen entsteht und Sucht, die tatsächlich durch bestimmte Stoffe entsteht, zum Beispiel Nikotin. Nikotin hat ja den Aspekt, dass es unfassbar süchtig machen kann. Es hat ja diesen chemischen Prozess, dass es ein großes Suchtpotenzial hat. Oder die Geschmacksempfindung Umami macht ja auch sehr süchtig bei Chips, wenn wir nicht aufhören können, die Chips zu konsumieren. Das ist der sechste Geschmackssinn. Genau, das ist der sechste Geschmackssinn. Oder der fünfte. Peinlich. Salzig. Bitter, süß, salzig, scharf ist kein Geschmackssinn. Salzig ist keiner. Ja, das ist also der fünfte Geschmackssinn, der in Chips und all diesen fettigen Sachen eingearbeitet wird und der sorgt dafür, dass man mehr möchte, dass man keine Sättigung verspürt. Exakt. Aber was ich interessant finde, was ist eine Sucht, von der du sagen würdest, dass sie nicht erzwungen funktioniert vom Körper oder von der Psyche, sondern dass man ihr willentlich nachgeht? Genau. Dazu würden wir uns hauptsächlich... Also das ist meine Frage. Zähl mal eine auf. Ja, also zum Beispiel Videospielsucht. Und du meinst, die wird dann willentlich? Genau, also teilweise, weil das Ding ist an Videospielsucht, Videospiele haben ja jetzt keinen bestimmten Stoff oder irgendetwas, was bewusst unseren Körper dazu bringt, danach süchtig zu sein. Ja, doch, also schon. Ja, was das Spiel verkörpert, ja. Aber ich rede jetzt explizit von einem chemischen Vorgang. Genau, also worauf ich hinaus wollte mit meiner Frage ist, ob du, also, beziehungsweise, ja, das ist so, wenn wir nach etwas süchtig sind, das ist ja die Krux einer Sucht, das ist selten dann gewollt, wenn wir in einer Sucht drin sind, weil unser Gehirn ja leider sehr routin, ich glaube, sehr routin, weil der Stoff ausschüttet, wenn wir einer Sucht nachgehen. Das heißt, wenn wir unserer Videospielsucht nachgehen und das machen, dann schüttet unser Gehirn in Massen Glückshormone aus. Und das ist dann ja schon ein chemischer Vorgang. Ist das dann noch selbstbestimmt? Ja, ich glaube, willentlich war das falsche Wort, aber ich meinte wahrscheinlich eher, dass ... Es gibt verschiedene Abstufungen. Vielleicht meinst du das, ne? Wie weit sind wir schon, wie weit ist uns schon die Verantwortung abgenommen? Wie gefangen sind wir schon in der Sucht? Richtig, genau. Also, es ist auch teilweise, in Anführungsstrichen, faszinierend, wie wir quasi aus eigenem ... Ich sag jetzt immer aus eigener, eigener und aus dem Willen, aber es ist ja theoretisch nicht unser Willen. Also, dass so bestimmte kleine ... Eigener Antrieb. Genau, aus eigenem Antrieb, dass bestimmte auch kleine Produkte uns einfach süchtig machen. Und dass es gar nicht notwendig ist, dass ein Stoff wie Nikotin oder Koffein enthalten ist, der uns ja wirklich bewusst süchtig macht, sondern dass wir einfach so davon süchtig werden können. Ja, jeder sucht sich so sein Ventil. Ja, genau. Es ist ziemlich erschreckend, aber auch irgendwo faszinierend. Aber genau, das ist so. Also, natürlich ist die Fragestellung, wie entsteht Sucht und wie kann das sein? Das ist auch natürlich alles gigantisch. Und das Thema Sucht ist gigantisch. Und wir wollen es natürlich nicht komplett umranden. Wir wollen nur ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen. Deswegen, also, ich habe da jetzt erst mal nicht so viel noch hinzuzufügen, wie entsteht Sucht. Wir wissen, wie Sucht entsteht. Sucht entsteht durch ein Bedürfnis, das nicht gedeckelt wird im Leben. Sucht entsteht, wenn wir uns zu sehr in etwas rein vertiefen und ein Ventil brauchen, weil wir dem Alltag entfliehen müssen. Genau, Sucht ist unsere Komfortzone quasi. Also, Sucht muss nicht mal einen genauen Profit haben, wie zum Beispiel jemand, der spielsüchtig ist, der spielt irgendwann gar nicht mehr, weil er das große Geld machen will, sondern einfach, weil das ja ein Ventil ist, weil das sein Rückzugsort ist, weil er das einfach braucht, ja. Und selbst wenn er die Millionen macht, die verspielt er durch seine Sucht ja sowieso dann wieder. Damit kann ich abschalten. Genau, das ist mein Rückzugsort. Das ist meine, einfach, damit kann ich mich quasi in eine Mauer einziegeln und sagen, okay, hier, das ist jetzt mein Produkt, mit dem ich meinen Tag verbringe. Wer weiß, wie lange ich damit meinen Tag verbringen werde? Minuten, Stunden, Tage, Wochen. Ja, also, das ist ja auch nochmal, gibt ja auch verschiedene Schweregrade von Sucht. Ja, der eine ist gerade im Anfangsstadium seiner Sucht, spielt vielleicht ein paar Stunden ein Spiel und der andere, der spielt jeden Tag, jede Woche. Das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft von Süchten, dass man die Zeit vergisst. Ja, genau. Du fängst ein Videospiel an, nachdem du jetzt erst mal süchtig bist. Also, du bist total immersiv drin und die Nacht ist um. Es ist 5 Uhr morgens und du merkst gar nicht, was gerade passiert ist. Oder du rauchst eine Zigarette, dann rauchst du drei, dann hast du schon zehn geraucht und auf einmal ist deine Packung leer an einem Sonntagnachmittag und du denkst dir, okay, wo ist das alles hin? Ja. Habe ich jetzt echt so viel geraucht, habe ich jetzt so viele Zigaretten mir quasi reingege... Ja, aber du warst ja, du warst ja vorhin bei Handy und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Einstieg. Ja. Was gibt es alltäglicheres für uns, wonach man süchtig werden kann heutzutage? Genau, und das würde ich tatsächlich sogar, ich weiß nicht, ob man das so machen kann, ob das vielleicht ein bisschen merkwürdig oder ungenau ist, aber ich würde es tatsächlich in so eine gewisse harmlose Sucht einordnen. Es ist eine gesellschaftsfähige Sucht. Genau, eine Sucht, die quasi der Norm bewusst ist und in der Norm, beziehungsweise in der Gesellschaft, andersrum genau, in der Gesellschaft eine Norm ist. Ja, jeder weiß, okay, wir sind abhängig von unserem Handy, wir spielen, wir sind oft an unserem Handy. Ja, es ist vielleicht keine harmlose Sucht, weil Sucht ist in ihrer Natur selten harmlos, aber die Handysucht als solche lässt sich gut verkaufen heutzutage. Denn das Handy bringt immer viele praktische Vorteile mit sich, das hat unser Leben in so vielen Aspekten einfacher gemacht. Und wir sind ja auch ständig erreichbar im Handy, weil wir ja soziale Kontakte pflegen und wir müssen ja up-to-date bleiben und so. Das lässt sich alles gut verkaufen. Deswegen ist die Handysucht an sich, denke ich, mit einem noch relativ guten Stand in der Gesellschaft verankert. Also selten sagt jemand abwertend, oh, der ist handysüchtig, das ist eine schlimme Sache. Ja, und sie ist teilweise profitabel, sag ich mal. Also viele Süchte sind ja eher so, dass sie uns in den Ruin treiben, sei es körperlich oder mental. Aber eine Handysucht, von der können wir ja ein bisschen profitieren, durch die sozialen Kontakte zum Beispiel, durch das up-to-date bleiben, durch das ständige Googlen. Ja, so wie, der Mensch ist unfassbar wissbegierig und wir googeln am Tag, wer weiß, wie viel wir am Tag eigentlich googeln und das unterwegs. Wenn uns irgendwas unklar ist, zücken wir unser Handy und zack, haben wir was gegoogelt. Also es ist auch in einem gewissen Grad profitabel. Also ich bin Neuling, was Handysucht angeht, denn ich hatte bis vor einem halben Jahr, hatte ich ein altes Klump-Handy. Also du kanntest das, ich habe es liebevoll Klumpy genannt. Das war wirklich so ein altes Nokia, mit dem man Leute erschlagen konnte. Und zu dieser Zeit habe ich damit telefoniert und SMS verschickt. Für mehr brauchte ich es nicht. Das war immer meine Einstellung. Ich brauche diese ganzen Smartphones nicht. Ich will kein Internet unterwegs haben. Vor einem halben Jahr hat mich ein sehr technikaffiner Freund dann aber doch zu einem gebracht, zu einem sehr lukrativen, günstigen. Und jetzt habe ich dieses Handy seit einem halben Jahr. Und ich würde nicht sagen, dass ich handysichtig bin, beileibe nicht. Aber ich lege das Ding kaum noch aus der Hand. Das ist unfassbar, wie praktisch das ist. Und wie einfach das zum Beispiel Google Maps, also die Orientierung, nicht Google Apps, sondern Orientierungs-Apps, die haben mein Leben so einfach gemacht. Weil wenn ich irgendwo hin will, dann kann ich es einfach eingeben und dann führt es mich dahin. Und als introvertierter Typ, der sehr unsicher ist, wenn er an neue Orte geht, das ist einfach wahnsinnig praktisch. Also ich lege das Handy kaum noch aus der Hand. Ich habe ständig Benachrichtigungen etc. Und es ist schon interessant, wie schnell das gegangen ist bei mir. Ja. Aber ich sage mal so, jetzt noch mal zu dem Suchtaspekt explizit zu kommen. Würdest du mir jetzt ein Nokia-Handy in die Hand drücken? Oder mich dazu verdonnern, okay, du benutzt dieses Handy jetzt eine Woche und du darfst dein Smartphone nicht mehr anfassen. Ich wüsste nicht, wie es mir gehen würde, aber ich kann es vermuten, es wäre schrecklich. Also es würde durchdrehen. Ja, ich glaube, es würde nicht hart treffen. Aber ich würde mich vielleicht maximal nach, was weiß ich, zwei Wochen daran gewöhnen können. Man gewöhnt sich ja auch irgendwann mal dran, bei so einem kalten Entzug, wenn du mir jetzt wirklich das Smartphone entziehen würdest. Aber natürlich, es würde mich unfassbar belasten. Also ich, meine Finger würden jucken. Ich würde wissen wollen, okay, was kriege ich jetzt für Nachrichten. Ja, WhatsApp. WhatsApp, die wohl ... Ja, das Problem mit Handys an sich auch. Also Handys werden ja auch von Internetsucht begünstigt. Und was noch schlimmer ist, ist, dass Handys von dieser ... Heutzutage, es existiert ja im Internet, durch das Internet, durch Streaming, durch YouTube, durch Reddit, durch Memes. Es existiert heutzutage ein komplettes Überangebot an Zeitfressern. Und das wird durch das Handy nur begünstigt, weil wir eben permanent Angst haben, was zu verpassen. Ja. Wenn wir das Handy einen Tag nicht in der Hand haben, haben wir Angst, okay, was habe ich jetzt alles verpasst? Die ganzen Status-Updates. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Das verpassen wir alles. Ja, guter Punkt. Nehmt mal euer Handy in die Hand und macht das Internet aus. Und dann guckt, wie viel von dem Handy übrig bleibt. Also, was kann man dann noch machen? Vielleicht in die SMS reingehen, anrufen. Kein Google, kein WhatsApp, kein Google Maps. Eigentlich schon fast gar keine Apps, nur noch Apps, die wirklich ... Keine Wetter vorhersagen. Keine Wetter vorhersagen. Also, das Handy ist um 80 Prozent in Anführungsstrichen nutzloser. Also, es fallen so viele wichtige Aspekte weg. Und ich würde ... Also, dir persönlich würde ich keine Handysucht attestieren. Ich würde sagen, dass du abhängig davon bist. Ich finde, Abhängigkeit ist noch mal ein ... Das sind wahrscheinlich einfach nur Synonyme, aber für mich klingt Abhängigkeit weniger extrem als Sucht. Und ich denke, du bist Handyabhängig. Du greifst sehr schnell zum Handy. Was bei dir vor allem dann das Symptom mit sich bringt, dass du nicht mit Leerlauf umgehen kannst. Also, wir haben vorhin ein Videospiel zusammengespielt. Und als du gerade nichts zu tun hattest, hast du sofort zum Handy gegriffen. Richtig. So, also dieses ... Aber das merke ich auch bei mir in letzter Zeit, dass ich weniger damit umgehen kann, mal für zwei Minuten einfach nichts zu tun zu haben, sondern nur da zu sitzen. Ja, das Handy ist für mich, und das kann ich auch ganz klar sagen, ein Lückenfüller. Sei es, wenn ich jetzt bei einem Loading-Screen warten muss bei einem Spiel, wenn ein Video auf YouTube buffert, wenn ich im Bus sitze. Es ist einfach ein Lückenfüller für mich. Weil, warum da sitzen und nichts tun, wenn ich mich vielleicht weiter belesen kann, wenn man ein anderes Video gucken kann oder irgendwas googeln kann. Meistens macht man es auch aus purer Langeweile oder ein kleines Spiel. Ja, und man hat ja heutzutage auch immer dieses Ziel, sein Leben jeden Tag sinnvoll zu füllen. Und dann denkt man sich immer, ach komm, jetzt lese ich doch noch was. Na, das ist sinnvoll. Ja, genau, also ich möchte noch mal was dazu sagen, vielleicht um das Thema Handy so ein bisschen abzurunden. Meine Mutter ist voll Blut-Handysüchtig. Sie ist absolut abhängig vom Handy. Und ich finde, hier merkt man, also ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht, aber meiner Mutter merkt man wirklich die Bestandsaufnahme einer Sucht an. Denn es gibt jetzt nicht so viele Zeitvertreibe, die sie in ihrer Freizeit hat. Ja, es ist, da ist einfach nicht so viel. Der soziale Kreis ist jetzt auch nicht riesig von ihr. Meiner auch nicht, aber ihrer eben auch nicht. Und dieses Handy, das ist in ihr Leben gekommen. Das hat das halt einfach alles aufgefüllt, was sie dann vielleicht nicht an kreativem Ausleben oder etwaigen Beschäftigungen, die sie begeistern hat in ihrer Freizeit. Die sind nicht da und deswegen ist dieses Handy gekommen. Und deswegen begeistert meine Mutter sich unheimlich für soziale Medien wie Facebook. Also sie postet Essen, sie postet da mit anderen Leuten. Sie postet jeden Tag tiefsinnige Sprüche auf Bilder gephotoshoppt in ihrer Mainpage. Und das ist alles okay, aber sie ist da wirklich permanent dran. Sie muss immer sofort sehen, was haben die Leute kommentiert. Sie ist natürlich auch komplett mit Handy-Games dabei, Candy Crush, all das zockt sie permanent, was ja in Ordnung ist. Aber sie kann wirklich gar nicht ohne das Handy. Also wenn ich mit ihr rede, wenn wir Abend essen, sie ist permanent an diesem Handy. Sie ist komplett abhängig von diesem Gerät. Und sie erträgt es wirklich physikalisch nicht, eine Stunde davon entfernt zu sein, weil sie sich immer Sorgen macht, ja, mein Lebensgefährte könnte sich doch melden. Ich muss doch sehen, was die Leute schreiben. Wow, das ist unfassbar lustig, dass du das anmerkst, weil meiner Mutter geht es genauso. Meine Mutter ist absolut, und das kann ich von einer ganz festen Überzeugung haben, von Tag 1, seitdem sie ein Smartphone hat, ist sie handysüchtig. Sie ist auch unfassbar Facebook-affin. Also sie nutzt unglaublich oft Facebook, mindestens jeden Tag. Also sie ist mindestens einmal bei Facebook, postet irgendwas, ist auch in vielen Gruppen, hat sogar ihren jetzigen Freund durch Facebook kennengelernt. Sie ist immer am Handy. Also sie braucht das Handy, auch um mit ihrem Freund in Kontakt zu bleiben. Sie ist immer am Handy. Sie guckt ganz viele Videos am Handy, wenn sie sie mal nicht woanders gucken kann. Also sie ist ganz oft am Handy. Und ich habe ihr eine SIM-Karte bestellt, mit der sie mobile Daten hat, 4 GB im Monat. Und sie nutzt das auch vollstens aus. Jetzt kann sie auch das Internet draußen nutzen. Und sie hat mich so damit durchbohrt. Also sie hat mich seit Monaten gefragt, ja, mach mir das doch bitte, bitte. Ich möchte das und so was. Und dann habe ich mich endlich erbarmt und gesagt, ja, okay, ich mache dir das jetzt, aber eine eigene Verantwortung und so was. Und ja, sie ist immer am Handy. Also ich merke auch manchmal, dass wenn ich eine Kleinigkeit von ihr brauche, ich versuche mit ihr zu reden. Und sie ist wie festgefroren an diesem Ding. Also sie, ich sage dann, Mama, hallo. Was ich mal gemacht habe, was ich mal gemacht habe, als ich im Gespräch mit meiner Mutter war, sie aber aufs Handy gestartet habe. Ich habe ihr dann eben über WhatsApp eine Nachricht geschickt, während ich vor ihr saß. Sie hat es nicht mitbekommen. Und dann hat sie sich diese Nachricht angehört und hat mich angeguckt. So, das hat sie wachgerüttelt. Aber es ist beeindruckend. Und ich weiß nicht, das könnte eine Theorie sein. Also ich meine, wir wissen ja, dass bestimmte Menschengruppen und bestimmte Altersgruppen anfälliger sind für soziale Medien. Ja, absolut. Stichwort junge Menschen, Teenager. Aber ich denke, so, ich würde jetzt nicht sagen Mütter, aber so Menschen mittleren Alters, die vielleicht nicht so ganz ausgelastet sind, die sind auch sehr anfällig dafür. Gerade für diese Handy-Games, für Facebook, etc., so diese soziale. Aber es ist so die Nachbarschaftsgemeinde. Die Mütter, die tuscheln und die Hausfrauen. Das passiert dann eben über Facebook. Das ist, Handys kommen da, glaube ich, auch ganz gut an. Ja. Okay. Lustiger Zufall, dass unsere beiden Mütter handysüchtig sind. Nichts gegen unsere Mütter hier. Also, ich liebe dich, Mama. Ich müsste jetzt in einer anderen Sprache sagen, wie ich meine Mutter liebe, aber... Das würdest du schon verstehen. Okay. Genau, Handysucht. Großes Thema. Ja. So, jetzt haben wir mit einer von meinen Süchten begonnen. Und jetzt würde ich dich einfach mal fragen, was ist deine Sucht? Was war dein mitbewegt, um diesen Podcast zu machen? Es gibt zwei Süchte, über die ich heute Worte verlieren würde, die ich mir attestiere. Und eine davon zum Glück nicht mehr. Die habe ich besiegt, die andere nicht. Zucker. Und das andere ist Apex Legends. Das Battle Royale-Spiel, das in aller Munde war vor kurzem noch, jetzt immer noch ist. Der eine Podcast-Zuhörer gerade, ja, das spiele ich auch. Ein Multiplayer-Battle-Royale-Spiel, kostenlos für die Playstation, für den PC. Diese Sucht habe ich zum Glück hinter mir gelassen und dann eben Zucker. Und ich würde jetzt erst mal kurz über Apex anfangen. Das geht vielleicht ein bisschen schneller. Apex Legends. Grundsätzlich, ich bin ein absoluter Singleplayer-Spieler. Ich spiele grundsätzlich eher keine Multiplayer-Spiele mit anderen Leuten. Das ist nicht so ganz meins. Mir macht das keinen Spaß. Ich mag Storys. Ich mag in Ruhe mein Spiel in meinem Tempo spielen. Multiplayer ist mir zu aufgeregt, ist mir zu chaotisch. Dafür bin ich zu neurotisch. Nachdem du mich aber vor, ich weiß nicht, ein Jahr oder so ist es vielleicht mittlerweile her, dann mal angeregt hast, hey, Apex, dieses neue, coole Spiel, das ist kostenlos, lass uns doch mal zusammen zocken, lad's dir mal runter. Ich hab mir gedacht, ach komm, whatever, lade ich's mir einmal runter. Ich hab's runtergeladen. Wir haben ein paar Sessions gespielt zusammen. Und wir hatten sofort Erfolgserlebnisse. Gerade am Anfang von Apex hat man sehr viele Erfolgserlebnisse. Das Spiel ist viel besser als zum Beispiel Ready Player ... Nicht Ready Player One, das ist ein Film. Sondern Unknown Battlecorns und so weiter. Players Unknown Battlecorns, das meinte ich. Es ist viel besser als DayZ und all diese Sachen. Es ist weiterentwickelt, es ist sehr spielerfreundlich. Man hat sehr schnell Erfolgserlebnisse. Der Serotin-Spiegel steigt. Also man kriegt Glücksgefühle ausgeschüttet. Und ja, nach ein paar Spielen hab ich gemerkt, hey, das macht richtig Spaß. Und ich bin darin richtig gut. Ich kann da abschalten. Und dann ging's los. Und dann ging's erst los mit ein, zwei Spielen am Tag. Dann ging's weiter mit drei, vier Spielen am Tag. Und ja, innerhalb von zwei, drei Wochen war ich Apex-süchtig. Das heißt, ich habe am Tag drei, vier Stunden Apex gespielt. Mindestens. Und das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Es gab Tage, an denen hab ich kaum was anderes gemacht, als Apex zu spielen. Ein Spiel nach dem anderen. Denn das Gute an Apex ist ja auch, wenn du stirbst, kannst du dadurch, dass die Community dazu mal so groß war und so aktiv ... Du konntest aus einem Spiel aussteigen, suchst nach einem neuen ... Kann ich bezeugen. Nach Sekunden, ja. Wirklich raus, rein, raus, rein. Du bist nach drei Sekunden im nächsten Spiel. Weiter geht's. Neue Chance, neues Glück. Ja, und ihr müsstest euch auch so vorstellen, das ist kein Spiel, wo man stirbt und respawnt und dann quasi das Game einen bestimmten Minutensatz hat. Sondern wenn man stirbt, kann man eventuell noch gerettet werden. Ja, richtig. Aber wenn man stirbt, dann kannst du einfach direkt ins nächste Game. Also, du kannst direkt weiter ... Also, Apex grundsätzlich, wer es nicht kennt, Battle Royale, ein paar Dutzend Spieler werden auf einer Weltkarte abgesetzt. In dreier Squads versucht man dann, die anderen Squads abzuschießen. Es gibt einen Ring, in dem man immer bleiben muss auf dieser Weltkarte. Da muss man hinrennen. Und wer im allerletzten Ring der allerletzte Squad bleibt, der kriegt eben das Chicken Dinner, beziehungsweise der ist dann eben Apex Champion. Und ja, wenn du mit deinem Squad am Anfang ausscheidest, dann lässt du dich entweder retten, wartest 30 Minuten, guckst dazu, oder springst direkt in die nächste Chance. Es ist immer wieder eine neue Chance. Und ich habe gemerkt, dass das einfach für mich, nachdem ich richtig gut darin war, das war dieser Rückzugsort. Immer, wenn ich irgendwie keinen Bock hatte, mich jetzt in eine Story zu investieren, irgendwie was zur Arbeit zu machen, komm, jetzt einfach eine schnelle Runde Apex, mal 10 Minuten, heute werde ich Apex Champion. Heute habe ich Glück und finde die richtigen Waffen, finde ein cooles Squad. Das war einfach mein Abschalten. Das hat mich total entspannt. Und als ich dann noch mein Headset angeschlossen habe und damit die Chance hatte, mit anderen Spielern zu reden, hat sich diese Sucht noch mal maximiert, weil es so einen Spaß gemacht hat. Aber es hat richtig Zeit gefressen. Denn gerade wenn du weit kommst oder wenn du auf eine Wiederbelebung wartest, du investierst in so eine Runde 20, 30 Minuten locker. Und wenn du dann vier, fünf, sechs Runden spielst und nicht aufhören kannst, weil es wirklich, wirklich Spaß macht, dann wird das schwierig. Und Apex schüttet eben auch viele Experience aus, viel Geld, viele Erfolgserlebnisse. Das ist so eine Sache. Ja, genau. Und möchtest du noch darauf eingehen, wie du die Sucht bekämpft hast? Oder wollen wir das jetzt erst mal so stehen lassen, dass ich mit meiner weitermache? Nö, nö, also ich würde da schon noch was zu sagen. Also grundsätzlich hast du ja dann nach einiger Zeit wieder ein bisschen Abstand genommen von Apex. Ja, also das Spiel hat mir auch für einige Zeit Spaß gemacht. Aber ich habe das Spiel eigentlich eher gespielt für den Multiplayer-Faktor, weil ich bin auch ein Singleplayer-Typ. Ich bin grundsätzlich, spiele ich immer Singleplayer-Spiele. Ich habe seit Jahren kein PlayStation Plus, obwohl ich schon seit drei, vier Jahren eine PlayStation 4 habe. Aber es hat mich einfach nie interessiert. Aber das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, jetzt so eine Zockergruppe zu haben oder so jemand, mit dem man immer ein Spiel spielen kann, das hat mich total gereizt. Und das wollte ich damit bezwecken. Und dich da so ein bisschen einlullen. Also, die Sucht weit, also auch in ihrer Hochphase war diese Sucht bei mir nicht so schlimm, dass ich ernsthaft darunter gelitten hätte oder andere Lebensbereiche vernachlässigt habe. Wo ich dann letztendlich, und da komme ich jetzt dazu, wie ich da rausgekommen bin, wo ich letztendlich dann immer mal wieder stutzig geworden bin, ist die Erkenntnis, wie viel Zeit ich in diese Sessions versenke und was ich alles tun könnte in meiner Freizeit, während ich dann Apex gespielt habe. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass 50 bis 60 Prozent meiner Apex-Sessions einfach waren, dass ich wütend, richtig wütend und frustriert war, weil ich verliere. Das war dann, also, wenn man bei Apex schlecht ist, dann hat man eine schlechte Zeit. Und wenn man gut ist, dann hat man eine gute Zeit, natürlich. Aber einfach ein Großteil meiner Apex-Sessions, gerade spät nachts, war dann einfach, dass ich mich abgefuckt habe, dass ich richtig wütend, frustriert war. Und mein Abend war einfach versaut oder meine Nacht oder mein Nachmittag. Mein Wochenende war versaut, wenn einfach eine schlechte Session nach der anderen folgt. Und dann hast du permanent diese negativen Gefühle in deiner Freizeit, während du dich doch eigentlich entspannen willst und merkst, okay, während ich jetzt zwei Stunden lang wütend war und darauf gewartet habe, dass es endlich mal klappt, hätte ich einfach ein gutes Videospiel spielen können oder einen Film gucken können. Und das hat dann letztendlich in seiner Summe dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, mir rennt hier die Zeit durch die Finger. Ich spiele nur noch Apex. Es macht zwar Spaß, aber es fuckt mich nur noch ab. Und ich komme nicht voran. Es ist ein Circle Jerk. Es ist ein Kreislauf, ein Rad, in dem ich mich bewege. Ich höre jetzt auf. Und dann habe ich dieses Spiel deinstalliert von meiner Platte gelöscht, damit ich es nochmal runterladen muss. Das dauert eine Stunde, das zu installieren. So, und das habe ich dann auch noch ein, zweimal gemacht. Ein, zweimal bin ich dann noch zurückgefallen. Aber letztendlich habe ich dann gesagt, okay, es reicht jetzt. Ich habe es da installiert. Und bis heute, also ich bin jetzt ein halbes Jahr oder so clean und gehe auch nicht wieder zurück. Also ganz kalter Entzug quasi. Du hast jetzt nicht gesagt, okay, ich versuche mal weniger Sessions spielen. Doch, so hat es angefangen. Ach, okay, so hat es angefangen. Ich habe es abgebaut. Ich habe gemerkt, das hat nicht funktioniert. Deswegen runter deinstallieren, außerhalb der eigenen Reichweite. Das ist so mit Disziplinien. Mit Disziplinien. Mit Disziplin darf man nicht rechnen. Dann muss es sich entziehen. Ja, ja, richtig. Das ist auch ein häufiger Fehler bei Suchtbekämpfung, zu sagen, ja, okay, dann spiele ich heute mal nur ein, zwei Stunden. Auf einmal werden es drei, vier, fünf, sechs. So, Gott, bei mir dann das Thema. Genau, dass man sagt, ah, ja, komm, dann mache ich halt mal, heute spiele ich mal vielleicht nicht. Aber dann macht man es eigentlich trotzdem. Kalter Entzug ist, auch wenn es hart klingt, eigentlich meistens immer die beste Lösung. Und auch das hat bei mir nicht sofort funktioniert. Ich habe es zwei-, dreimal deinstalliert, bis dann wirklich der Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche es jetzt nicht mehr. Ja. Ah, Apex, eine Videospielsucht. Hat Spaß gemacht. Und ich muss noch dazu sagen, selbst jetzt habe ich ab und zu noch Momente. Man wird eine Sucht nie so richtig los. Ich habe ab und zu Momente, wo ich mir sage, wo ich ein YouTube-Video sehe von Apex oder irgendwie sehe, wo Leute Apex zocken, wo ich mir denke, ey, komm, jetzt so eine Runde noch mal mit Wave spielen, noch einmal ein richtig cooles Call of Fame. Das würde schon Spaß machen. Gönnt ihr doch jetzt eine Runde. Dann sage ich mir, nein, lässt du bleiben. Aber ich hätte schon noch Bock, aber ich mache es nicht. Ja, weil nur weil du deine Sucht bekämpft hast, heißt das ja nicht, dass das Spiel irgendwie sich geändert hat oder schlechter geworden ist, sondern dein Suchtprodukt ist ja quasi eigentlich immer noch das, was es ist. Du änderst dich, aber dein Suchtprodukt nicht. Und das ist auch schwierig dann, wenn man rückfällig wird. Und mit so was, also mit diesem Thema Apex jetzt, in meinem speziellen Fall, wollten wir auch so ein bisschen das Thema Videospielsüchte abdecken. Ja. Denn das ist einer der großen Suchtfaktoren unserer Zeit. Fortnite, also jedes Elternteil in Amerika kann ein Lied davon singen, wie ihre Kinder 500 Dollar dafür ausgegeben haben für ein Fortnite-Skin. Und so weiter und so fort. Wir kennen die Geschichten. Also Multiplayer, Battle Royale, all diese Sachen sind ein ganz großer Suchtherd. Ja. Wie ich jetzt am eigenen Leib feststellen musste. Es geht unglaublich schnell. Ja. Das war deine Videospielsucht. In der Tat. Aber wir wären ja nicht hier, wenn ich nicht auch eine hätte. Du redest jetzt auch noch über eine. Ja, was? Wie kannst du nur... Ja, ich bin oder war, bei mir ist die Frage nun mal noch nicht geklärt, ob ich denn noch richtig bin oder nicht. Ja, das ist ja auch das Interessante. Gar nicht zu wissen, ob man überhaupt noch süchtig ist oder nicht. Meine Sucht ist, ich sag jetzt einfach mal ist, ja, nicht, dass ich nicht immer zwischen ist und war switchen muss. Meine Sucht ist League of Legends, ja. Viele von euch... Auch für viele bekannt, ja. Auch für viele bekannt, ne. Ist ein Spiel, was zum Beispiel nicht erst seit ein, zwei Jahren draußen ist, sondern schon seit zehn Jahren. Und sich bis heute gehalten hat, weil es so simpel und eigentlich fast jede Woche ein neues Update, jeden Monat einen neuen Champion bekommt, ja. Also, es ist ein Online-Arena-Game. Ja, jeder kennt League of Legends. Aber sag doch mal, wie kommst du darauf, dass du süchtig bist und wann hast du das gemerkt? Richtig, genau. Dazu komme ich jetzt. Entdeckt habe ich das Spiel durch eine Freundin, die es auch recht exzessiv gespielt hat und immer noch spielt. Und sie wollte einfach mal, dass ich es anfange, hat es immer so suggeriert und angedeutet, ja, hier League of Legends ist ein super Spiel, spiele ich schon voll lange, du musst das ausprobieren. Und ich war da, was das angeht, immer sehr scheu, weil es ein PC-Spiel ist und ich bin grundsätzlich eigentlich kein PC-Gamer. Ich spiele immer an meiner Konsole, ich liebe meine Konsole, ich hege und pflege meine Konsole. Ich bin ein Konsolen-Konsument. Ja, also ich spiele selten am PC, zumal ich einen Garbage-PC habe. Also ich habe einen Acer-Laptop und der hat jetzt nicht die stärksten Leistungen, aber ein paar Steam-Spiele kann er abspielen. Und dann habe ich mir League of Legends runtergeladen, weil es einfach überhaupt keine Leistung benötigt. Das Spiel kann auf dem schwachsten Windows-XP eurer Oma laufen. Das Spiel läuft. Okay. Das Spiel läuft wirklich. Das Spiel hat sogar eine eigene Einstellung für schwache PCs. Ihr kriegt das Spiel auf jedem Ding gelaufen, auf einer Kartoffel, auf allem. Okay, ja, verkauft den Leuten ihren nächsten Suchthert. League of Legends. Skin for a Zort Show. Ja, genau, League of Legends. Sollte euch allen bekannt sein. Und dann habe ich es angefangen mit ihr zusammen. Und was man auch anmerken kann, es ist ein unfassbar einsteigerunfreundliches Spiel. Das Spiel ist bockschwer am Anfang. Viele Mechaniken. Einmal versucht, habe es nie wieder angefasst. Viele Steuerungen, viele Aspekte werden dir anfangs gar nicht erklärt, beziehungsweise wirst du halt einfach reingeschmissen, weil es ist kein Singleplayer-Tutorial-Game, sondern es ist ein Gottverdammtes Online-Arena-Spiel. Also musst du dann auch von Anfang an gegen andere spielen. Klar, du kannst auch gegen Bots spielen, aber die sind strohdämlich, die machen halt nichts. Genau, das ist League of Legends. Wie es zu der Sucht kam, darauf gehe ich jetzt mal ein. Und zwar, ich habe eben gespielt am Tag und habe es tatsächlich dann auch recht schnell exzessiv gespielt. Also es hat mich schnell angefixt, die ganzen Champions, weil das Spiel ist am Anfang unfassbar belohnt. Du kriegst irgendwie nach jedem Level ab ein Champion und Währung. Es ist wieder diese Formel, ne? Genau. Man kriegt am Anfang schnelle, einfache ... Du wirst beballert mit Lootboxen, mit Loot generell, mit Champions. Das Spiel hat 130 Champions oder so circa. Und es war natürlich spannend und aufregend, diese ganzen Charaktere zu testen, verschiedene Positionen im Spiel auszuprobieren. Also das Spiel hat echt eine erfolgreiche Formel seit zehn Jahren. Und es hat mich so aufgesaugt. Also das Spiel hat eigentlich mich mehr konsumiert, als ich es konsumiert habe. Und ja, und ich habe angefangen, immer mehr zu spielen, Tag für Tag. Und ich habe mir dann natürlich auch gesagt, ja, das wird sowieso zu keiner sucht. Ich spiele es ja jetzt gerade nur mal gelegentlich. Ich bin nicht süchtig, kann jederzeit aufhören. Ja, noch eine Stunde. Und dann kam es echt dazu, dass ich schnell das Interesse an anderen Videospielen verloren habe, weil die Menge an Videospielen auch ein bisschen nachgelassen hat. Ich habe viele Spiele durchgespielt. Es gab keine Spiele, die mich mehr so gereizt haben. Weil wenn man an einem Punkt in seinem Leben ankommt, wo man sich theoretisch jedes Spiel kaufen kann, werden so viele Spiele uninteressant. Und es muss schon echt einen Burner geben, der dich dann wieder in seinen Bann zieht. Und das war dann League of Legends. Weil League of Legends hatte einfach diesen Umfang, den kein anderes Spiel hatte. Sei es auf meiner Playstation oder auf dem PC. Oder auf meiner Nintendo Switch. Und so hat sich die Sucht manifestiert. Und wann wurde die Sucht problematisch und in welcher Form? Die Sucht wurde problematisch, als ich wirklich jeden Tag und jede Stunde in meinem Tag mit League of Legends investiert habe und bewusst geplant habe, in welchen Zeiten ich spielen kann. Zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam und eigentlich ins Jugendcenter zum Beispiel huschen wollte, habe ich mir noch gesagt, okay, jetzt kannst du noch eine Stunde League of Legends spielen, bevor der Club aufmacht. Und ich habe es mir wirklich zeitlich so eingeteilt. Oder abends, ne? Habe ich mit Apex auch gemacht, ja. Ja, ich bin abends meistens recht lange wach. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt noch eine Stunde, bevor ich schlafen gehe. League of Legends, schnell, 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 schnell. Und die Runden dauern da leider auch 20 bis 30 Minuten. Genau, man sagt sich noch schnell, eine kann ich noch, ne? Nur da kannst du nicht ins nächste Game nach dem Tod, sondern du respawnst und respawnst und respawnst und musst diese Niederlage, falls du sie gerade hast, einstecken. Und es ist katastrophal. Das Spiel hat mich nicht nur zeitlich zerstört, sondern auch emotional. Die LOL-Community. Genau, die LOL-Community. Wir wollen nicht viele Worte über die LOL-Community verlieren, außer dass sie unfassbar toxisch ist. Die bekannteste toxische Community überhaupt, würde ich sagen. Was auch ein bisschen verständlich ist, weil das Spiel schon sehr tiltfest ist. Also es ist sehr unausgeglichen, aber darauf will ich jetzt gar nicht zu explizit eingehen. Genau, und das Spiel hat mich getiltet. Das Spiel hat mich einfach getiltet. Was meinst du mit tiltet? Es hat mich aggressiv gemacht, wenn ich gestorben bin. Es hat mich getriggert. Das Problem ist an League of Legends, wenn du im Nachteil bist im Spiel, ist es schwer, wieder zurückzukommen. Es ist schwer, wieder die Oberhand im Spiel zu gewinnen. Du fängst an zu sterben, öfters, schneller. Du wirst schwächer. Du kriegst kein Gold mehr. Du hängst hinterher. In der Kreislauf der Frustration und der Hut wird größer. Richtig, manifestiert sich in diesem einen Game wohlgemerkt, in diesem einen Spiel, was man gerade spielt, immer weiter. Ja, man hat nur noch zwei Items, man kommt nicht mehr rein. Und man ist nutzlos fürs Team. Und wenn man nutzlos fürs Team ist, dann springt das Team natürlich auch rein. Was machst du? Stop feeding. What the fuck are you doing? Stop it. What are you doing? Und so was. Und fang an, dich zu pingen. Ja, es gibt auch diese Fragezeichen-Pings, die eigentlich benutzt werden, um zu pingen, dass ein Gegner fehlt. Aber nein, sie werden auf Leuten benutzt, die das Spiel kaputt machen. Total witzig. Gibt's auch etliche Memes von ... Ja, und das frustet umso mehr und nimmt natürlich die komplette Konzentration weg. Also, wenn du sauer bist und dann noch von deinem Team angekotet wirst, hast du einfach keinen Bock mehr. Klar, verlierst du dann umso mehr. Ja. Und es ist zerstörend. Also, wie du ja auch gesagt hast, nach einer schlechten Runde ist dein halber Tag eigentlich versaut. Ja, und du fragst dich, womit hast du ihn gerade gefüllt? Und ein League of Legends-Spieler kann einen Tag nicht mit einer Niederlage abspielen, sonst ist der Tag hinüber. Du wirst nicht schlafen können, du wirst in deinem Bett liegen und sagen, ach, hätte ich diesen einen Gegner ein bisschen anders gespielt, wäre ich jetzt in die Seite ausgewichen. Aber siehst du, krass, das halte ich zum Beispiel gar nicht. Bei mir war's dann aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber bei dir geht's sogar noch weiter. Nee, ich musste das Spiel mit einem Sieg beenden. Und wenn es bis in die Nacht gedauert hat, und manchmal hat es sehr gedauert, bis zu zwölf Niederlagen hintereinander, zerstörerisch für das menschliche Gehirn. Also, vor allem für meins war's ja recht. Und wie warst du dann davon weggekommen? Zumindest jetzt größtenteils? Momentan bin ich in einer Situation, wo ich das Spiel wirklich nur noch gelegentlich spiele. Wir haben ja auch mal versucht, mich quasi einen kalten Entzug bei mir einzuleiten. Genau, ganz schön. Spiel gelöschte Spiel, Passwort gesichert. Ja. Ich hab's mir dann aber trotzdem runtergeladen. Nur dann hab ich gemerkt, dass ich, gerade weil ich auch ein großes Spektrum an Spielen gerade hab, ich spiel zum Beispiel gerade sehr viel Don't Starve, tut jetzt nichts zur Sache, aber ich spiel was anderes als League of Legends. Und ich hab gestern, zum Beispiel ein perfektes Beispiel, gestern hab ich eine Runde gespielt. War sogar echt gut. Ich hab wirklich sehr viele Kills gemacht, aber ich hab trotzdem verloren. Und es war völlig okay. Es ist, naja, bei Sucht ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das haben wir auch vorhin festgestellt, dass Sucht oft als Ventil herhält. Und wichtig ist, dass man sich nicht ablenkt, sondern dass man eben andere Ersätze für Sucht findet. Ich brauch eine Beschäftigung, ich brauch etwas in meinem Leben, das mich glücklich macht oder das mich ausfüllt. Oder eben bei Videospielen. Ich brauch gute Alternativen. Ja. Und ich hab die Runde gespielt und ich hab's genossen. Es hat Spaß gemacht. Ich hab trotzdem verloren, aber ich war nicht sauer. Ich war nicht getiltet. Mein Team war auch neutral gegenüber mir, aber selbst wenn sie mich jetzt angekotet hätten, es wär mir egal gewesen, weil ich habe das Gefühl jedenfalls, dass ich nicht mehr abhängig von dem Spiel bin. Und auch finanziell, ja, auch noch anzumerken, ich hab wahrscheinlich, bin ich mittlerweile bei 90 Euro, was ich für das Spiel ausgegeben hab. Ja, ist schon sehr viel. Aber doch nicht vergleichbar mit manchen, die schon mehrere ... Ja, es ist trotzdem viel. ... mehrere 5K ausgegeben haben. Es ist trotzdem viel. Es ist viel für meine Verhältnisse, für ein Jahr Spielzeit jetzt. Aber selbst da hab ich kein Interesse mehr. Selbst wenn ich einen coolen Skin sehe, sag ich mir, okay, du spielst ja jetzt sowieso nicht mehr so häufig. Also warum investieren? Warum kaufen? Man investiert ja in seine Sucht, damit die Sucht quasi weiter aufblüht und man weiter dann aufgehen kann und diese Endorphine, dass die am Ball bleiben. Ja, das ist ja auch so ein Aspekt, dass die einfach am Ball bleiben. Man sagt sich ja eventuell auch, hey, ich hab jetzt 50 Euro investiert, ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Ja, war auch bei mir ein Indikator, hey, du hast jetzt schon 50 Euro investiert, jetzt noch aufhören, das wär so verschwendet. Nein, wie kann ich nur ... Damit hätte ich eigentlich buchstäblich meine 50 Euro gelöscht, wenn ich League of Legends gelöscht hätte. Und ja, und ich kann das Spiel momentan super balancen. Also das war gestern diese eine Runde, die ich gespielt hab und es ist jetzt schon ... Und davor war es vielleicht drei, vier Tage her, dass ich gespielt hab. Und es macht mir Spaß und ich bin seltener getriggert, seltener werde ich sauer, seltener rege ich mich auf oder seltener nagt das Spiel an mir und bleibt an mir hängen. Also ich bin auf einem sehr guten Weg, das Spiel, beziehungsweise meine Sucht, zu auszumerzen. Ja, na ja, wenn du einen gesunden Umgang mit deiner Sucht hinbekommen hast, dann ist das doch ... Also das ist selten, aber hey, wenn es funktioniert, dann ist das doch ein ideales Ergebnis. Bis jetzt funktioniert es sehr gut und ich bin auch sehr froh darüber. Ja, also hier haben wir ein Beispiel bei dir, dass du deine Sucht komplett bekämpft hast, dass du völlig weg davon bist. Und bei mir ist es vielleicht das Beispiel, hey, ich hab meine Sucht zum ... Du hast sie kultiviert. Genau, ich hab meine Sucht kultiviert und den Begriff Sucht für dieses Produkt weggenommen. Und quasi ist das jetzt einfach nur ein Spiel, was ich mal spiele. Ja, also es kann bei Videospielen funktionieren. Die sind keines der harmloseren Suchtquelldingerschen, aber man kann hier ... Also man kann hier einfacher aussteigen, weil eben die, wie du schon vorhin sagtest, die chemische Wirkung, klar, die entsteht im Gehirn, aber Drogen zum Beispiel oder Kaffee, das ist ja noch mal ein ganz anderer Crave, den der Körper dann danach hat. Bei Videospielen kann es funktionieren, nur eben Multiplayer, diese schnellen Erfolgserlebnisse, Lootboxen, Experience, das kann sehr schnell zu Sucht führen. Da muss man also weiterhin aufpassen. Genau. Und die dritte große Sucht, über die wir jetzt reden wollten, wir haben jetzt über Videospiele geredet. Und ... Was war vorher? Handys. Handys, genau. Wir wollten noch über Zucker sprechen. Ich wollte unbedingt über Zucker sprechen, denn das ist die Sucht, die ich nicht übermachten habe und wahrscheinlich auch nicht werde, sobald. Um ehrlich zu sein, kleiner Side-Fact, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich auch zuckersüchtig bin, weil ich konsumiere auch viel Zucker. Es ist schwierig zu sagen heutzutage. Ich weiß gar nicht, wie du das so richtig einordnen kannst, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich erfahren. Also, bin ich jetzt auch gespannt. Zuckersucht ist gerade in Deutschland eine der weit verbreiteten, ohne dass sich die meisten darüber im Klaren sind, denn Zucker ist nun mal überall. Zucker ist heutzutage ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft, weil es einfach überall drin ist. Die meisten wissen das nicht. Es ist in Brot drin, es ist in Gemüse drin, es ist in Obst drin, es ist in Joghurts ohne Ende drin, es ist in Frischkäse drin, in Gemüse aufstrichen, in Milch, in allem ist jede Menge Zucker. Und das merkt man erst mal, wenn man beim Einkaufen darauf guckt, wo überall Zucker drin ist, nämlich überall. Es gibt fast keine Inhaltsliste, wo nicht Zucker steht. Also, das ist schon... Ja. Zucker. Es ist so, ich habe mit, also ich bin jetzt 26 und ich habe mit 23 oder 24, eher schon mit 1 oder 22, habe ich wieder angefangen, richtig zu naschen. Ich war da mal eine Zeit lang raus, aber, ja, dann habe ich Oreos für mich entdeckt. Ja, ich bin Schleichwerbung hier, ich bin nicht süchtig nach Oreos, aber ich liebe Oreos. Ja, die fand ich vorher, hatte ich da nicht so viel mit zu tun, aber die fand ich gut. So, und dann bin ich ja auch Vegetarier und habe dann so mit vegetarischen Wine Gums und so angefangen. Das sind Sachen, die mag ich sehr gerne. Und was aber meine Hauptschwäche ist, ist Gebäck, ja, also Kuchen und Keks und all das. Das geht ohne Ende. Und dann hat man aber so Probleme wie die Wine Gums, diese Wine Gum Tüten, so Gummibär Tüten, ja, die sind klein, die sind leicht, du fühlst nicht so das Fett und den Zucker und deswegen, die nimmst du wie Bonbons und dann ist so eine Tüte leer und du hast gerade aber einfach 200 Gramm Zucker zu dir genommen, was der doppelte Tagesbedarf oder so wäre. und Oreos, die kann man eben so schön in Sojamilch eintunken, oder so in Sojamilch eintunken, dann sind die weichen, dann gehen die weg wie nichts. Delicious. So, und Kuchen, also ich hatte dann wirklich mal in meiner Suchthochphase, weil du gefragt hast, wie definiere ich meine Zuckersucht? Meine Zuckersucht ist momentan nicht so schlimm, weil ich da schon, also über das Schlimmste bin ich hinweg. In den Hochphasen meiner Zuckersucht habe ich mir so in Folien Rührkuchen geholt im Angebot und habe den an einem Tag leer gegessen. Also in zwei oder drei Stunden ein fettes Stück nach dem anderen habe ich den leer gegessen. Weil die Bauchschmerzen und die ganzen Nachwirkungen, die kommen ja auch erst ein bisschen versetzt, drei, vier Stunden später. Das merkst du ja, während du es zu dir nimmst, da merkst du nur, oh geil, Zucker, süß. Und ich dachte erst damals vor ein, zwei Jahren, okay, ich mag jetzt das und das, ich mag Kuchen, ich bin kuchensüchtig, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ich kann ja gerade diese Schokolade essen, die ich eigentlich eklig finde, aber es ist Zucker drin, es ist Süßes drin, ich merke mein Gehirn und finde es geil. Es ist egal, was ich zu mir nehme, Hauptsache irgendwas Süßes und das beruhigt mich. Und ich habe eben gemerkt, ich brauche diese Sucht nicht unbedingt. Also als ich dann mal dachte, okay, ich könnte süchtig sein, habe ich mal gesagt, okay, ich esse jetzt einen Monat lang mal nichts Süßes. Das habe ich getan, das habe ich getan, um mich zu testen und es war im Großen und Ganzen kein Problem. Aber was heißt jetzt kein Süßes? Heißt das wirklich, wirklich nichts, was Süßes? Nee, also Zucker war es eben trotzdem noch und das war die Krux dabei. Ich habe keine Süßigkeiten gegessen. Das heißt, Pudding war tabu, Milchschnitte war tabu, Kekse waren tabu, Nougat oder Nougat-Aufstrich oder sowas war tabu. Keine Süßigkeiten. So, das war, das war nervig, aber es war kein Problem. Also habe ich mir danach gesagt, okay, du bist nicht süchtig. Du hast es jetzt einen Monat ohne Nebenwirkung ausgehalten. Dann, ein halbes Jahr später oder so, habe ich versucht, Zucker zu reduzieren, einen Monat lang. Das war ein Debakel. Nach einer Woche habe ich gemerkt, dass es nicht funktioniert, weil da hätte ich dann nämlich auch auf Ketchup verzichten müssen, auf Mayo verzichten müssen, auf Schmierkäse verzichten müssen, auf Scheibenkäse verzichten müssen, auf Sojamilch verzichten müssen. Kannst du vergessen, Hummus, Erbsen, nichts mit Zucker. Es funktioniert nicht. Richtig, es funktioniert nicht. Da muss man aber auch sagen, der Zucker ist bei dem Produkt natürlich nicht so stark präsent. Ja. Von dem Inhaltswert jetzt. Aber ja, du hast recht, würde jetzt jemand sagen, der möchte kein Zucker mehr konsumieren. Er kann einfach fast gar nicht. Ich bin dann, als ich mal einkaufen wollte, ohne Zucker, eigentlich, ich hatte da eine Doku über Zucker gesehen, die hat mich da nochmal wachgerüttelt, so eine NDR-Doku über Zucker, wo das überall drin ist. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist wirklich schockierend. Vielleicht kann ich die da noch verlinken. Und da hat dann ein Pärchen eingekauft mit einer Null-Zuckertoleranz. Die mussten wirklich nur Lebensmittel einkaufen, wo kein Zucker drin war. Und das habe ich auch versucht und habe sofort beim Einkauf gemerkt, das kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Also für mich hat das nicht funktioniert. Deswegen bin ich dann so unter 5 Gramm Zucker pro Produkt gegangen, pro 100 Gramm. Und das hat einigermaßen funktioniert, aber es ist schwierig. Unter 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Angabe dann in einem Produkt ist ultra schwierig. Da fallen die meisten Brotsorten da einfach raus. Was heißt, dass diese Brotsorten dann 20 oder 30 Gramm Zucker beinhalten insgesamt. Das ist der halbe oder viertel Tagesbedarf. Das ist Wahnsinn. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und ich war dann wirklich ein, zwei Monate dabei, dass ich gesagt habe, okay, ich reduziere jetzt meinen Zucker. Ich nehme ganz wenig, kaum noch Süßigkeiten. Das hat ganz gut geklappt. Ich habe dann nicht sofort Erfolgserlebnisse festgestellt. Und deswegen bin ich dann auch Stück für Stück wieder abgerutscht. Und jetzt momentan, ich bin eben jemand, der seine Zuckersucht auch so ein Stück weit kultiviert hat. Ich habe jetzt nicht die harten Nebenwirkungen. Ich habe nicht dieses krampfhafte Verlangen. Aber es ist so, dass ich in Fakt fast jeden Tag etwas Süßes zu mir nehme und mich das auch entspannt. So am Ende der Woche abends mal eine Tüte Wine Gums, Vegetarische, nachdem ich eine Woche hinter mich gebracht habe. So das ist so als Entspannung mit dabei beim Zocken oder so. Ich esse fast jeden Tag was Süßes. Ich habe jetzt nicht die körperlichen Entzugserscheinungen, wenn ich mal drei, vier Tage nichts Süßes esse, was auch vorkommt. Es ist eine kultivierte Sucht. Es ist eine Sucht, die mich jetzt nicht so schlimm fertig macht. Aber ich merke trotzdem, ich bin süchtig nach Süßkram. Ja. Also genau, wie ich ja schon angemerkt habe, weiß ich gar nicht, ob ich zuckersüchtig bin. Viele, viele bewegen sich da in der Krauzone. Genau, weil direkt merkt man es ja nicht. Also es hat ja keinen direkten Effekt auf deinen Körper meistens. Außer du kriegst jetzt eine Krankheit wie Diabetes. Ja, naja, Fettleibigkeit. Manche werden fett oder kriegen Pickel oder so. Ich nehme auch viel Zucker zu mir und ich bin leider auch ein Mensch, der so gut wie fast gar nicht darauf achtet, was er konsumiert. Was ich ja, also ich ziehe bald in eine neue Wohnung mit meiner Freundin und da möchte ich wirklich darauf achten, so wenigstens ein bisschen darauf achten, was ich denn zu mir nehme. Egal, ob jetzt Zucker oder kein Zucker. Zum Beispiel möchte ich Vegetarier werden. Und da würde ich es echt mal überprüfen, wie viel Zucker ich eigentlich zu mir nehme, weil ich bin so ein Gelegenheitsnascher. Also wenn ich mal in der Küche bin und was Süßes, ja, sag ich mal, ja geil, nimmst du das mal, stopfst du das mal rein und ich esse auch gerne Zucker im Ausgleich zu Herzhaften. Also wenn ich was Herzhaftes zu mir genommen habe, dann esse ich gerne was Süßes. Genau, dann esse ich gerne was Süßes, um das auszugleichen und das kann aber auch bei ein paar Chips sein, dass ich ein paar Chips esse und dann sage, oh, jetzt brauche ich den Ausgleich, weiß ich mal was Süßes. Also ja, das geht immer schneller, als man denkt. Auf einmal hast du eine Packung Gummibärchen gegessen oder was weiß ich, ein Schokokroissant auf einmal verputzt an einem Tag. Ja, so Zuckersucht, schwieriges Thema. Ich finde das auch gar nicht so problematisch, dass man nach einem Abendbrot oder ab und zu mal bei Gelegenheit was snackt. Es wird erst, also grundsätzlich haben wir beide den Vorteil, dass unser Stoffwechsel so gut funktioniert, dass wir nie, also ich werde nie dick, ich war noch niemals dick, ich wirklich, ich achte sehr auf das, was ich esse, aber das habe ich nicht immer getan und ich esse halt trotzdem viele Süßigkeiten, jeden Tag fast und ich werde aber einfach nicht dick und kriege keine Pickel. Das ist einfach nur mein Schweineglück, weil würde ich aussehen, wie ich esse, dann hätte ich einen kugelrunden Bauch. So, das ist aber nicht so und diesen Vorteil haben wir beide, aber wirklich bedenklich wird Zuckersucht eben dann, wenn es gesundheitlich schwierig wird, wenn man zunimmt, wenn man Krankheiten kriegt, die mit Zucker in Zusammenhang hängen oder wenn man eben wirklich merkt, man isst es fast jeden Tag, nimmt man was Süßes zu sich und man nimmt vielleicht sogar mehr Süßes zu sich als gesundes. Das habe ich eben jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder festgestellt, dass es viele Tage gibt, an denen ich mehr Süßes esse als Brot oder Gemüse. Ich habe mal versucht, an einem Tag nichts Süßes zu mir zu nehmen, jetzt kein Zucker, weil das ja schon sehr schwer ist, darauf habe ich nicht geartet, aber nichts Süßes, nichts, was man als Süßes jetzt ansehen würde und es hätte vielleicht funktioniert, wenn ich nichts Süßes im Haus gehabt hätte, logischerweise, aber wenn meine Mutter mal einkaufen ist und was Süßes mitbringt und ich das in der Küche sehe, ich kann nicht widerstehen. Ich muss, ich muss mindestens ein was Süßes konsumieren. Das Gute an Zucker beziehungsweise nicht an Zuckersucht, Zuckersucht ist sehr, sehr schwer, also extrem schwer, aber das Gute an Süßkramsucht, der Zucker eben in Form dieses Süßen, das einen am einfachsten dann erreicht, ist, dass man die komplett umgehen kann, wenn man nichts davon zu Hause hat. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass man es kontrollieren könnte, wenn es zu Hause liegt, nee, ich nehme jetzt nichts. Das habe ich nämlich auch ganz oft gemacht. Oder es sich einzuteilen. Guck mal, diese Gummitiere, die sind jetzt gerade um 50 Prozent reduziert, die kosten nur 50 Cent, da muss ich jetzt fünf Tüten mitnehmen. Es wäre dumm, das nicht zu tun. Die kommen dann hinten in den Lagerraum, die sind für die nächsten drei Monate. Drei Tage später sind die fünf Tüten leer. Es bringt nichts, das zu Hause zu haben. Man darf es nicht im Umfeld haben und dann hat man es auch nicht, weil wenn man es nicht hat, kann man es nicht konsumieren. Ja. So ist es. Ja, also meine Zuckersucht habe ich nicht besiegt. Ich habe es mehrmals versucht. werde es wahrscheinlich jetzt auch erst mal nicht machen, weil ich merke, okay, ich gucke da halbwegs nach einer Balance, dass ich trotzdem gesunde Sachen esse, dass ich es nicht übertreibe. Aber da muss man wirklich aufpassen und muss eben darauf achten, kann ich meinem Körper das antun? Macht mein Körper das mit? Meiner macht es zum Glück noch mit, aber das wird sich vielleicht auch in fünf Jahren anders gestalten, wenn ich dann über 30 bin. Das ist für jeden individuell, aber Zuckersucht omnipräsent in unserer Gesellschaft. Großes Problem. Genau. Ja, also ich werde mich noch weiterhin mit meinem Zuckerkonsum befassen, wenn ich dann in der neuen Wohnung bin und dann werde ich hoffentlich erkennen, ob ich denn richtig zuckersüchtig bin, süßkramsüchtig bin oder ob ich einen gewissen Grad da eine Sucht habe. Der größte Feind von Sucht ist Reflexion. Allein dadurch, dass du reflektierst und dass du dir vornehmen willst, auf Lebensmittel zu achten oder darauf zu gucken, tatsächlich im Laden, was ist drin, auf die Inhaltsstoffe im Laden zu gucken, ist unheimlich hilfreich. Das verändert einen komplett in seinem Ernährungsverhalten. Wenn man mal drauf guckt, was da so drin ist, dann kauft man und ernährt man sich anders. Und das ist, das hilft schon, dass du das dann so dir vornimmst. Das macht schon was aus. Ja. Genau. Das war der Sucht-Podcast. Tschüss! Ja, tschau mal. Genau. Jetzt, äh... Ja, das war das Thema Sucht. Das waren die Süchte, die uns befassen. Es gibt natürlich noch etliche andere Süchte. Also Sucht ist ein riesiges Spektrum. Spielsucht, Drogensucht, Sexsucht. Sexsucht, Pornosucht. Ganz wichtiges Thema. Ja, darüber könnte man noch reden, aber wir wollen es auch, wir wollten jetzt erst mal nur einen Abschnitt des Themas machen. Sucht nach Masturbation zum Beispiel auch. Ja. Genau, also es gibt... So genau will ich es jetzt nicht sagen, aber man kann eigentlich schon fast nach allem süchtig werden. Exakt. Es gibt, das ist korrekt. Es gibt nichts, wonach man nicht süchtig werden kann. Ja. Da können die utopischsten Dinge dabei sein. Dystopisch. Dystopischsten. Da können die dystopischsten Dinge dabei sein, egal was es ist. Man kann tatsächlich süchtig danach werden. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit Sucht habt und hier zuhört... Dann ruft bitte die Nummer an. Dann ruft bitte diese Nummer an, die ich jetzt hier einblende. Nein. Also ich denke, jeder, wie gesagt, jeder hat so seine eigenen Süchte, mit denen er im täglichen Tag umgehen... mit denen er im Alltag umgehen muss. Mal ist man sich dessen mehr bewusst, mal weniger. Aber mir hat es auch geholfen, da in Foren zu gehen, mit anderen drüber zu reden. Ich habe hier Steven, wir haben uns gegenseitig bei unseren Süchten geholfen und das ist auch immer was Wichtiges, was man im Kopf behalten muss. Andere Menschen, wenn man die denn hat, wenn man einsam ist, dann ist es natürlich sehr problematisch. Dann muss man da vielleicht ins Internet gehen. Aber andere Menschen sind die größte Hilfe bei Sucht. Man muss... Man sucht ja... Man nimmt ja Sucht als Ventil. Und wenn man andere Menschen hat, die einem dabei unterstützen, da einen Ersatz für zu finden, dann ist das wahnsinnig hilfreich. Das habe ich gemerkt. Das hat Steven offensichtlich festgestellt, als ich ihm da mit Loll ein bisschen geholfen habe. Das ist wichtig, nochmal zu wissen. Und wir haben jetzt nur über eine Fraktur des Themas Sucht gesprochen, aber das war eben so jetzt die wichtigsten Sachen, Zucker, Videospiele, Handys, was uns so betroffen hat. Und mehr kann man in dem Rahmen der Zeit, die wir hier am Podcast haben, auch nicht unbedingt machen. Genau. Und durch solche Podcasts oder wenn ihr euch mit dem Thema befasst, merkt ihr auch dann an euch selber, dass ihr vielleicht manche Suchtfaktoren habt, die ihr noch gar nicht bei euch erkannt habt, beziehungsweise die ihr noch gar nicht reflektiert habt. Also guckt einfach mal. Guckt, wie euer Alltag abläuft. Gibt es vielleicht Dinge, nach denen ihr süchtig sein könntet, wie zum Beispiel bei mir, dass ich jetzt wirklich darüber nachdenke, hey, bin ich süßkramsüchtig? Bin ich süßigkeitensüchtig? Bin ich zuckersüchtig? Wie ist das so? Und das würde ich jetzt bei mir analysieren. Ja, genau. Und natürlich ist es auch immer schwer, seine Sucht zuzugeben, wenn man denn eine hat. Viele sagen dann, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht süchtig. Und ja, ich mache das ja nur ab und zu. Und an dem Tag. Und ich habe heute nur fünf Schachteln geraucht. Sprecht es an. Sprecht mit anderen Leuten darüber. Übrigens, die euch helfen, ist denen überlassen. Als Allerweltsformel. Wirklich. Funktioniert eigentlich fast in 100 Prozent der Fälle. Wenn ihr euch fragt, ob ihr nach etwas süchtig seid, seid ihr es. Richtig. Das ist eigentlich schon der perfekte Indikator. Wenn ihr euch fragt, seid ihr es. Wenn ihr überhaupt darüber nachdenken müsst, ob ihr süchtig seid oder nicht, dann seid ihr es. Wenn jemand sich fragt, ob er rassistisch ist, dann ist er es. Ja. Wenn ihr euch fragen müsst, seid ihr rassistisch, seid ihr es. Und wenn ihr euch fragen müsst, seid ihr süchtig, seid ihr es. Seid ihr jedoch süchtig nach diesem Spottcast, dann kann ich das nur befürworten. Nicht jede Sucht ist negativ. Fröhnt eure Sucht auch beim nächsten Mal. Hier in der Staubstube. Spottcast. 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 Bis dann. Das war so schlecht.